Hi und willkommen zurück bei Atters. Es gibt bald neue News und die erste seht ihr ja schon. Nämlich, äh, die typisch. Ich fange zu wegen an. Ich glaube, was wir verstehen. Egal. Nämlich habe ich den Server mal verlängert. Und nach dem, äh, I, äh, also nach dem so dazuzahlen. Ähm, quasi den ich. Ich habe ja quasi, äh, sieben kurz, ne? Und was ich, äh, weiß ich auch noch, äh, verwut und so, dass es nicht zu viel zu entschieden hat. Also ich weiß, dass ich auch das in Parts mache. Ähm, beziehungsweise so eine, äh, also in 20 Folgen. Aber ich weiß halt, äh, also ich weiß zehn Folgen. Ähm, nein, also acht, ne? Keine Folgeausbruch. Eine Staffel hat drei Parts und dieser Part hat halt zehn Folgen. Und insgesamt hat dann auch Staffel 30 Folgen. Und, äh, also ähnlich wie halt jetzt bei Conan oder bei Aurobien. Da ist es ein bisschen mehr, äh, äh, aufgeteilt. Aufgeteilt ist. Es kann zwar durchaus sein, dass, äh, einmal zwei Watt hinten runtergekommen hat. Aber, äh, der erste Part und der zweite, die sind schon mal wieder aufgenommen. Da bin ich noch so am Museum Orang überlegen. Aber wie gesagt, der Schau ist jetzt auch immer fix. Aber ich will noch mal verlängert. Da wird man noch halb jetzt zu sehen. Und gleich da. Das Eckrotraub ist hier hochverklettert. Damit ich euch das zeigen kann. Uh! Weih! Weih, dass der muss aufpassen. Das war aber geil. Immer letztlich, äh, immer gedacht, er macht sich von selber auf. Und jetzt, äh, mit einer gewisse Achsempfehlung. Einen Bericht! Die Blume hier bestmacht. Und jetzt, woher geht jetzt nicht los. Und jetzt, woher geht es. Ich bin ja richtig super geworden, so finde ich. Hier wird von der Armut zur Konstruktion gebaut und da gibt es eben diese Kamierne. Ich sehe die noch woanders hin. Oh, da kommen wir da im Krug und weinen. Ist gar nicht da irgendwie. Äh da. Da gibt es die Benille. Nein. Es gibt ja auch die, die wir hier auch geben. Da gibt es Pegano und Regenerale. Da gibt es einen Säger, den finde ich es auch recht komisch. Bei Gano, da steht ja Ex-Specialist in Kanon-Reloading. Also speziell in Kanon-Durchladung. Ich finde es eigentlich komisch度 beim Säger Crew. Ihr habt nicht eine Art Schuss, ich weiß nicht. Säger, äh, äh. So meinst du diesen Säger, den ist eigentlich guten Segler, ne? wo sie schneller reparieren oder schneller Säge setzen oder Imbiss losen. Dann gibt es da noch die Pinky Crew. Ich glaube, das sind die normalen Bühnen, weil es die kostenlos. Wann gibt es noch die Com... ...nöch? Ich glaube, das hat die Filme nicht genannt. Okay, da. Aber jetzt haben wir Info und Regenerale gekauft. Ich weiß nicht, ich habe es noch. Unsere kleine Basis ist noch da. Wie haben wir das noch probiert? Also, geküchtet. Ich werde mal kurz nachschauen. Und, genau, das ist jetzt mit dem Pferd. Der zieht sich schon gar nicht mehr. Ja, genau. Und der muss ich noch mal verwärmen. Der ist mir zu viel entgegengefahren. Beim Pferd habe ich jetzt genau... Das ist eben übrigens diese Gestein. Warte mal. Oh, die äh... Es klingt nicht... Irgendwie was klingt. Äh... Oh, mein. Da ist der da drauf. Auf die Öffnung. Oh. Er ist gut. Es passt immer. Oh, das ist jetzt hier so herum. Das ist einfach. Da wird immer was ausgebildet, egal. Man hat auch die Klinge. Er ist schnell auf dem Fahrzeug. Da gibt es ein oder zwei. Und da... Also da wird ein paar Sachen ausgebildet. Aber auch schnellere Fahrzeuge und so. Das Problem ist, dass die alle Sachen... Also wenn man sagt, man schmiedet was, dann... Also man braucht jetzt die Regierung ans Deck. Die nicht so... Es ist immer eine Anzahl ans Deck. Das heißt, dann hast du tausend Trinkern, weil das... Weil da hast du nicht 8000 Sachen. Du hast dann 8000 Einzelnen. Also früher und letztes... Äh... Also da geht es nicht darum. Und jetzt der S-Hochert. Äh... Alles aufteilend. Aber ja, jetzt immer damit das anzufüllen. Und die... Äh, hätte ich probiert, aber immer gesagt... Äh... Ja... Der wird da sozusagen aus. Irgendwie... Die Unternehmen umbauen. Und... Jetzt müssen sie wieder siedeln. Und... Cooler! Aber dann soll man wahrscheinlich vergessen... Dass sie dieselbe Greening gehen, oder? Die sind... Okay. Warte mal, der ist ein Geschiss. Äh... Und da reden. Was ist das? Ja! Okay. Äh... Muss ein bisschen aufpassen. Haben wir ja auch noch einen. Aber der ist jetzt ein Lötz-Hoch? Äh... 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 Oh, der ist ja... Oh, genau. Der war... So. Das wird noch einer sein. Aha! Oh, das ist ja ein normaler. Ah! Äh... 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 Aber ich habe vergessen, dass ich... So... ...dun... 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 Vergissener einmal. Als ich... Hahaha. Mh... Äh... 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 Er hat wohl vergessen... Da hat man versucht... ...mit dem niedrigen... Äh... Mit einem von den niedrigen Babys... Äh... Äh... Ah, das ist von Mockschung von... ...browni. Genau. Das Kind. Äh... Er hat noch keinemgeb vor Knastaus. Ich hätte versucht, äh, äh, Tiska hat er eigentlich, genau, der ist männlich, da war der jetzt, also hier ist, ist der männlich vielleicht nicht. Aber der, der kennt sich, der genau, der kann ja, weil ich denke mir schon mal, äh, wie das jetzt zu stehen. Also läuft nachher, ja, irgendwo. Ja, da komm, ich leg ihn auf. Hm. Äh, was bist du? Okay, ne, wofür machen wir das? Also, das bleibt nicht. Da, warte mal. Was, was decken wir auch, ne, warte mal. Ja, also, da haben wir, äh, ein bisschen, ja, fahren und schossen. Und, äh, da steht, äh, da, da, äh, da, äh, da, äh, da, äh, da ist eben, da ist das ein Zackel fürs Pferd, äh, mit den, äh, mit den, zwei, drei, weiß ich nicht. Ist das so ganz schön zu tun, will? Aber, äh, jetzt, ich weiß nicht nur was, wenn man was zu tun ist. Also, wenn ich weiß, da wollte ich eh drücken. Okay, jetzt, jetzt, ist es gegangen, aber, meistens, sag ich mal, äh, meistens hat es mich da. Aber, äh, da kann ich mich irgendwo anstellen. Aber, meistens hat es mich, okay. Weil, ja, es geht noch, oft, hat es mich so oft Zeiten irgendwie, keine Ahnung. Und, das ist schon lustig, wenn ich jetzt halt etwas suche. Ich bin aber, äh, ich glaube, das werde ich nicht behalten. Also, jetzt, wenn wir meinen, sag ich mal, laufe, dann. Jetzt müssen wir auch ausprobieren. Warte mal, da muss ich da mal, da muss ich da mal, da muss ich da mal ein bisschen ordnen. Warte mal, du wirst männlich sein. Da muss ich da mal immer mehr. Du bist weiblich oder du bist, äh, bist männlich. Du bist hoch genug. Ähm, da brauchen wir eine, die eigentlich schweiblich ist. Und ein bisschen kranker wäre. So, zehn, äh, so, 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 so neins, so neins, level, levelins oder sowas. Ja, lass mal schauen. Aber, äh, hab ich komplett vergessen, dass, dass ich, äh, das ausschalten muss. Ja. Ja. Genau, genau. Herr Kullik, muss man sein. Ehhh, ähm... Ja, ähm... Immer noch mal, ich weiß, wie wir gar nicht mehr, ich weiß, wenn die Mäden machen. Ja. Ähm... So, ich öffne es auch nicht mehr. Ah, jetzt wird es eigentlich nicht weg. So, ich bin echt weg. Hm? Hm? Das sind nur Reißen brauchen wir oder was? Okay. Hm, genau. Das ist einfach so. Das klingt doch gar aus, dass das ein bisschen im Kanal nennt. Hm, das ist ein bisschen für die Mission eben nicht. Ja, das wäre ja... Komm, komm da. Ich würde ja sagen, Paris-Geschwung wäre wichtig in der Sonne. Ja, äh... Mörtliche Sehne, äh... Das ist ja nur Neu-Urheiß-Nab. Also, das ist ja immer so. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja auch kein Problem. Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja auch sehr. Ja, das ist ja auch. Ich hab mir jetzt überlegt, ich meine, mir muss echt bezaufe ich nur noch 2 Folgen. Das müsste jetzt dann die 9. sein. Und die 9. Und ich will noch einmal aussegeln. Ausweiten aussegeln. Genau. Ich hab da jetzt auch noch was gebaut. Das ist auch von dieser Klinker, ähm, Mut. Ich hab da diesen, ähm, Löser. Ein Problem ist das? Ja, kann zwar da... Oh, ein bisschen am Schmal. Ähm, ja. Ich könnte das nicht bedienen, weil ich hab immer nur das von der Wurdenfigur herzustellen. Übrigens sollte irgendwo, oder genau? Ich weiß nicht, ob ich das nach hinten wieder habe. Ah, nein, das ist sehr gut. Und, äh, ja. Okay. Und das ist da. Äh, da wäre so ein Fischchenkopf. Ein Fischfallenhanger. Ich bin jetzt mal grundsätzlich gefeuert, das vielleicht. Aber jetzt noch nehm ich's, weil da sich da oben um die Leiterhaut, ne? Hm. Und vorhin jetzt auch schon alles besitzen, weil da jetzt... ...der Tauchding, ne? Im Tauchen. Und da ist halt die Zweifel, ne? Ähm, ein Töch. Weil da vielleicht brauchen wir die... ...die so... ...der Knanz, äh... ...toine... 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 ...sohne oder so. Und dann... ...wes hier... ...es... ...ähm... ... ... ...es Tauchschiff, äh, 15. So. So. Wo waren wir? Da, glaube ich, ein Fischchen ein bisschen gingen. Wo haben wir ja auch schon, äh... ...äh... 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 ...ihm... ...der... ...hehe... ...ja... ...er das macht man den Weg, äh... ...äh... ... erase denn die... Das hat mich jetzt hart sind ja... Beult Wie fühlt man bei mir so stark auf dem? Ich bin frei um die Kugeln. Ah, siehst du, was ich noch gebaut habe? Das ist auch wieder ein Knieker, was ich jetzt auch nicht rauskomme. Wird ich dran, gell? Vorher bin ich dran. Ich bin nicht so schwer am Motor. Neue Fisch. Ich habe da jetzt so eine Alarmklocke. Ich fühle dann quasi so die Gliedern. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich da machen muss. Ich habe es zwar schon einmal geschafft, aber seitdem einmal, keinmal. Also, der wäre nicht erwischt. Ich bin aufgehört, aber ich bin nicht zwischen euch. Ja, bin ich schon. Jetzt kommt er instinkt. Das muss sein. Das muss sein. Z it landed. Wahnsinn. Oh, ja. Ja! Das war's. Und die Pena. Oh, ist halt offen So, jetzt noch nicht Ist der Wind zu gut, Olof? Limpi kommt mir ein paar Fälle, guck mal sofort Noch nicht Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann bin ich auch nicht so, oder? Das ist so. Das ist so ein Metall. Da wächst es so Stein. Jetzt hab ich was immer. Da muss ja immer Steinjagen liegen, oder? Da ist es so Steinwässig. Da ist es so. Wir gehen jetzt zurück am Strand. Ah! Der Radiobeer ist der Radiobeer. Das ist schon fünf Bereiche. Das ist auch noch so viel Holz. Das ist auch noch so viel Holz. Das wird nicht bei mich fest. Und da wird's gleich mich interessieren. Wingshof! Ich komme. Hörst du doch! Es soll ja schwemmern und wir machen das besser, wir machen das besser. Ich kann das jetzt nur noch. Ok, jetzt verfolgen wir es. Der ist heute. Ja, ok. Wenn man eigentlich... Eigentlich weiß es nicht so für euch. Ich weiß es nicht so für euch. Also für euch weiß es eigentlich gar nicht. Ich bin immer gedacht. Ich hab immer gedacht. Ich hab... Ich hab überhaupt Flanken im... In der Gissen... Ich hab... Ok, schaut schon hier gut aus. So bescheu es nicht aus. Ok. Ja, weil es passt. Ok. Puuuuh. Mann, wo ist auch nicht so ein Fisch? Mal probiert es einmal. Die Ding. Äh... Äh... Nicht so zu... Oder... Warte mal gleich vorne. Ähm... Oh, vorne. Was ist denn da los, die Idioten? Äh... Noch... Nicht auf die Idee kommen, dass wir den Chef zum Mund bedienen. Äh... 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 Dass die Gefahr jetzt so hoch ist, ne? Ich hab grad mal mehr als letztes Mal... War ja die ja noch gar nicht ausge... Ausgelevelt, ne? Die Rancher jetzt haben wir ja eigentlich schon auch das erste Level noch. Also ja, die Rest des Raums wäre auch schon ziemlich hoch eigentlich, ne? Weil ich glaub auch noch hoch. Hm... Obwohl man's ja einfach mal hoch hat, dann das bisschen richtig gut ist. Obwohl das echt... Obwohl wir ihn da verloren? Äh... Irgendwann ist das auch so. Hm? Oh... 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 Ja... Da sind wir jetzt auf dem Weg. Das Leck... Wie ist es eigentlich lustig? Sobald das Leck weg ist, ist es ja automatisch auch weg, ne? Das Wasser noch. Also das müssen wir jetzt... Rausbumpen. Man kann's ja, wenn man ein Leck hat. Kann man's ja auch so pumpen. Damit's nicht so schnell sinkt, ne? Aber... Alles ist nicht lange gedauert. Ja... Ja... Genau... Das ist jetzt noch der Ort. Das ist ein Wçu. Aus dem Weg noch ein Wunsch... Das ist das Wunsch... Das ist schade, aber es hat etwas nicht mehr funktioniert. Das ist doch, was wir hier... Ich denke jetzt, wir haben jetzt. Da müssen wir hier? Wir haben hier eine Empfehlung. Das ist ein Busser. Vielleicht ist es ein Busser. Vielen Dank. Ist was, wenn die da oder wenn ich glaube, da ja immer auf die Wand kommt? Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe. Oh mein, hier noch feuch ist, das muss weh. Ich glaube ich werde ja mal ein Teil der Basis jetzt dann inzwischen fast 1 und fast 2 bauen. Also ich werde jetzt nicht alles auch nicht eich bauen. Ich werde jetzt einfach so mit den Grunddinger wissen, dass ich die EWG sind auch da. Oh, genau. Nächste, äh, das nächste Tag würde ich noch nicht so großartig aufbauen. Was wäre denn? Schönen Angst, warum bin ich noch nicht? Ich wäre einfach so und danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis bald!